Was bedeutet für ihr, Entrepreneur zu sein? Ich bin froh, ich bin eine starke Partnerin. Wir sind ein ehrlicher Familienbetrieb. Wir waren an der Zeit, wo wir ein Kassierchen sind. Und ich habe einen guten Anfang gemacht, mit der Hilfe von der Reihe, einen guten Anfang, die Gelegenheit für mich selbstständig zu machen. Und ich habe einen schönen Anfang im Pub, die Boutiquei in der Belle-Etoile aufgeteilt. Was bedeutet für ihr, Entrepreneur zu sein? Wir müssen auf jeden Fall passioniert sein von dem, was ihr machen wollt, von dem, was ihr aufmachen wollt. Wir brauchen eine gewisse effektive Kreativität. Und wir müssen einfach motiviert sein. Wir müssen eine wirkliche Stadt mit Herzen machen, um effektiv mal ein gutes Finanzamt für mich für seine Ideen verwirklichen zu können. Auf welfern hat Bankreiweisen erst an ihrer Entrepriese geholfen? Die Bankreiweisen hat mich am Fonds viel beraten und hat mich am Fonds hauptsächlich finanziert. Was schätzt ihr unter Bankreiweisen als Partner? Das Spieldienst ist nicht lang. Das ist gut unterstützt. Das sind die Bank, die reaktiv ist. Weyang Wollere machen ihre Betriebe aus. Das ist eine Passion. Weil ich meinen Beruf schrecklich gerne habe. Weil ich daran groß gesehen habe. Proximität. Weil wir hier in der Belle Etoile nur von unserer letzten Woche eine Klientel sind. Respekt von den Klienten. Respekt von den Furnisseuren. Respekt von meinen Mannschaften. Wie ist die Zukunft von ihrem Betrieb aus? Sie sind auf jeden Fall positiv aus. Wir versuchen immer regelmäßig neue Marken heranzuholen an der Boutique. Und wir versuchen nur an den Marken, die wir seit langem schon verschaffen, immer die letzten, erneutsten, äueren Ambitionen zu haben. Run minha Eltern hundreds nach